einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wir machen jetzt noch mal ein angelspiel ich habe jetzt schon ein paar aufgenommen ein paar angezockt ich weiß noch nicht zeit steht günstig dass wir das noch schaffen könnten bevor frauen kind runter kommen für schenken jetzt momentan das nervt mich extrem hatte hier zu gebombt wirst die ladezeit finde ich ziemlich lang ich will mich jetzt nicht anmelden aber im nächsten mal wenn ich mache dann fragt er mich erneut und dann kann ich das angeben auf der wii hatte ich ein cooles angespiel und damit meine ich nicht er wurde mit von nintendo direkt wurde dann mit den nunchucks und so ein richtiges angespiel da bin ich mir gespannt mit der unreal engine ich muss meine brille aufsetzen moment so wir haben auch verschiedene köpfe zur auswahl ach ich lass ach ich lass ach ich lass standard kopf haare glotze haaar farbe dunkelblond augenfarbe blau passt ja zu mir äh kleidung mit den schuhen gesehen haben wir da naja da sieht unser körper ein bisschen klein aus ist hier nicht strahuliert mit bei ja wie nun das aber keine kopfbedingung kaufen habe ich überhaupt schon was ne ich hab gar nichts brille oberteil ok können wir anpassen ok uselt meisterschaft wenn wir nicht abgehen Meisterschaft hat bei mir jetzt noch keinen Sinn, ich muss mir erstmal rindfuchsen ins Spiel. Die Ladezeiten sind ganz schön lang. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist zu viel. Ja. 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 Das war's. Oh, my. Oh, burn. Kante, Kante, Pestan. Pestan, Och Mosi, die schnarcht hier was vor sich hin. Ich fang nix. Pestan, Och Mosi. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann eigentlich nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Nicht meins. Absolut nicht meins. Also, ich weiß nicht, die Steuerung ist halt ein bisschen, naja, und irgendwie bei dem Free-to-Play-Ding, da ist wenigstens ab und zu mal was angebissen, gleich am Anfang auch, wenn man es kennengelernt hat. Also, das ist jetzt nicht mein Fall. Ich bin auch nicht der Angelfreund, muss ich sagen. Aber naja. Okay. Wir haben es angestockt. Ich habe nichts gefangen. Na ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ich bin euer Ueli. Das ist auch euer Ueli. Also, das ist auch euer Ueli. Das ist auch euer Ueli. Das ist auch euer Ueli. Bis zum nächsten Mal.